Die Landesrede haben in der Ausschusssitzung die ersten Vorschläge zur Spending-Review, die von der Zentralregierung in Rom gewollt ist, auf den Tisch gelegt. Die Einsparungen werden aber alles so vorgenommen, dass wichtige Maßnahmen für die Wirtschaft, in erster Linie für den Bausektor und den Export, nicht vernachlässigt werden. Wir alle sind der Meinung, dass die allgemeinen Kosten für die Verwaltung reduziert werden müssen. Angefangen von den Politikern, wo wir 20% Reduzierung vorgenommen haben, auch ein Präsentationsfonds. Wir möchten aber auch, was die Abläufe der Verwaltung anbelangt, Einsparungen tätigen. So zum Beispiel, indem wir einige Amtsdirektionen reduzieren und einige Abteilungen, indem wir vor allem die Verwaltungsabläufe etwas vereinfachen, einige Kommissionen abschaffen usw. Wir möchten insgesamt, was die Reduzierung vom Personal anbelangt, die Reduzierung der Verwaltungskosten usw., ca. 30 Millionen einsparen. Und das, glaube ich, ist ein schöner Betrag. Und auf die Art und Weise wollen wir zeigen, dass wir nicht nur von anderen Opfern verlangen, sondern auch selber Opfer bringen. Die Gehälter des Lehrpersonals der Grund-, Mittel- und Oberschulen werden leicht angehoben. Die Landesregierung hat dem Landeskollektivvertrag zugestimmt, der eine Erhöhung von 0,6 bzw. 1,35% rückwirkend ab April 2010 vorsieht. Nach langem Hin und Her haben wir heute eine Einigung getroffen, und zwar in der Form, dass wir für die Zeit zwischen 1. Juli 2009 und 1. April 2010, dass wir dort eine Erhöhung geben von 0,6% und nachher von 0,75. Das heißt insgesamt, wenn wir zusammenzählen, 1,35. Diese Erhöhung werden wir geben. Das kostet uns ungefähr 500.000 Euro. Aber ich glaube, auf die Art und Weise haben wir endlich den Streit beseitigt. Nach dem Besuch von Landeshauptmann Durmwalder im Fitsch hat die Landesregierung das Dekret verabschiedet, weil es eine Vergütung der Umweltschäden möglich machen wird. Innerhalb von 60 Tagen müssen die Betroffenen ihre Beitragsgesuche einreichen. Für Wasserleitung und Kanalisation von Fitsch wurden weitere 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.